Hier ist ja richtig viel los. 3 gegen 3. Alter, ich... Vor einer halben Stunde war ich in dem Game volle Lobby, Alter. Volle Lobby. Ziemlich verrückt, Alter. Ich hätte da niemals rausgehen sollen. Er spielt richtig auf Ernst. Er spielt trotzdem richtig auf Ernst. 3 gegen 3. Gute Arbeit, Männer. Das einsatz Ziel ist erobert und wir können zurück zur Basis. Gute Arbeit, Männer. Macht weiter so, dass sind wir bald alle zu Hause. Dann sind wir bald alle zu Hause. Alle zu Hause. Ey, ohne Witz, Mann. Ich hatte vorhin noch eine volle Lobby, Alter. Was ist das? Was ist das für ein Visier eigentlich, was ich da habe? Was ist das für eine Knarre, die ich hier habe, Alter? Spawn-Tracken wir ja bis zum Visier, Alter. Heiliger Scheiß. Nur ein Hitmarker. Oh, nein! Scheiße. Was ist jetzt so vom Sounder oder ist es immer noch zu laut, oder? Fuck. Die Gitarre sind in der Ökse. 25. 20. 20. 20. 21. 23. 37. Ja, Jack, ey. Ach, Mann. Du kannst doch nicht hier eine weitere Liste mit mir auf die Liste packen, Alter. Eine weitere Serie, meine ich. Terminal List. Ach, Mann, ey. Ich muss doch, mir wird doch die ganze Zeit gesagt, ich muss erstmal an The Boys gucken. Aber ich will so vieles gucken, weiß ich, aber. Zeit, Zeit, Zeit. Kennst du die Serie Severance? Ne. Sag mir nicht mal was vom Namen. Was ist das? Ah, Hilfe, Hilfe. Aua. Ich hab doch rausgeworfen. Halt mich doch mal. Ja. Das ist irgendwie, Alter, irgendwie ist es geil, mal Battlefield 3 wieder zu spielen, aber irgendwie ist es auch scheiße, dass wir die ganze Zeit die Spawn treten, ey. Das ist schon übel, ey. Wir müssen die von uns kontrollierten Einsatzziele halten. Aufmerksam. Tato nach! Ja! Ja, was geht ab, Alter? Ich war nie weg. Geil, Mann. Es macht so viel mehr Bock, als jedes scheiß Drecks Battlefield die letzten Jahre, Alter. Dann merkt euch eins, Freunde. Es heißt nicht mal, es heißt nicht mehr, ein Haufen Scheiß, sondern ein Haufen Dice. Okay, habt ihr verstanden? Ihr habt verstanden, ihr habt verstanden. Oh, das ist so geil, Mann. Ey, das ist so geil, mit den 4-3 wieder zu spielen. Einfach Metro, ey. So eine geile Map. So ein geiles Game. Oh, der hat einfach 100 Sterne für die Waffe. Der ist wirklich mittendrin, statt nur dabei. Ja, schön. Ey, das macht so Laune. Komm, Brudi, Brudi. Steh auf. Ey, wie einer auf dem Radar erscheint, ein Spieler, und sofort ist die Jagd eröffnet, ja. Sofort ist die Jagd eröffnet, ja. Scheiße, wir haben gerade das Einsatzziel verloren. Shit, ey. Mann, das Nachladen. Fuck, Jones. Krass, dass da auch so viele Low-Level-Leute drin sind wie ich, ja. Ich meine, ich habe damals hauptsächlich Battlefield 3 auf der PS3 gespielt, aber... Ich weiß gar nicht, welches Level ich da war. Ich habe das schon gerne gesucht, äh, damals. What? Das waren superschöne Treffer. Was? 32 Schaden nur gemacht. Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich zerarschen? Was? Was? Alter, ey, das ist doch ein Skandal hier schon wieder. Wie kann das sein, Mann? Lett' da doch da rüber und nicht ins Feuer, Junge. Du, Jimmy. Du, Johnny. Du, Bobby. Billy. Oh, mein Gott, es sind ja viele Gegner. Scheiße! So schlecht von mir! Oh Gott, ich habe es nicht verdient! Ich bin nicht würdig! Ach, apropos würdig, ey. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, wer von euch mir auf Instagram folgt. Ich habe vor ein paar Tagen so einen kleinen Joke gemacht, wegen dem neuen Dark Pictures Game. Wo ich ja gesagt habe, ja, alle, die das nicht spielen, die sind es nicht würdig. Wer will denn schon lieber God of War zocken und so weiter? Eigentlich alle haben es verstanden, aber eine einfach nicht. Eine hat es einfach nicht verstanden. Die hatten mir einfach geschrieben, es ist sehr schade, dass du einfach, es ist sehr schade, dass du einfach keine andere Meinung akzeptierst. Dann bin ich es wohl nicht würdig. Ich spiele lieber God of War. Es ist ja wirklich schade, es ist wirklich schade, dass ich einfach keine andere Meinung akzeptiere. Es ist echt schade. Es ist schade. Man muss man auch wirklich sagen, menschlich enttäuscht einfach von mir selber. Menschlich einfach enttäuscht. Ich bin selber enttäuscht von mir selbst. Äh, ja, die Scar, Junge. Mann, ich habe so eine Rotzwaffe, Alter. Ist das sein Ernst? Nein, es war eine Frau. Es war eine Frau, die, glaube ich, Mitte 40, also mindestens Mitte 40 ist. Vielleicht sogar noch älter, ich habe keine Ahnung. Und, ja, ja, warum folgt die mir erst mal? Und warum folgen mir Leute, die einwand nicht verstehen können, dass ich ab und zu einen Rauf habe? Ach, Mann, hier ist alles Action, Alter. Wie findest du, dass Red Dead Online angestellt wird? Gut, weg mit dem Scheiß. Hoffentlich geht der Online direkt hinterher, damit die mal endlich Singleplayer-Sachen machen wieder. Schrott, wer spielt denn GTA Online noch? Weißt du, wer spielt denn das? Was ist hier los? Wie schnell stirbst du, Alter? Shit. Ah, ich werde wiederbelebt. Nice. Was habe ich denn hier... Äh, warum habe ich jetzt... Äh? Warum habe ich denn jetzt in ganz andere Klasse? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich würde doch gerade erst wiederbelebt. Einde, Arschluss. Was ist das für eine Waffe hier? Ist gut. Man liebt das Einzelschutz. Wie konnte man das umstellen nochmal? Oh, da geht es gar nicht bei der Waffe. Scheiße. Alter Schwede. Dass sie den Joke nicht versteht, I don't know. Aber natürlich folgen wir auch ein paar Ladies. Natürlich. Na klar. Natürlich folgen wir ein paar Ladies. Ist doch logisch. Die eine Lady ist hier Mod. Die könnte ich einfach wegwarnen, wenn du frech wirst. Das weißt du ganz genau. Ist Tor 4 besser als Dr. Strange? Äh, danke dir erstmal für deinen Sub. Ähm. Ich denke mal, die Frage ist nicht an mich gestellt, weil ich das ja schon in meinem Video beantwortet habe. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher zumindest? Habe ich es beantwortet? Ich glaube schon. Oder war es jetzt allgemein? Oder hast du mich jetzt immer geantwortet? Oh man. Danke dir auf jeden Fall erstmal. Ach man. Ey, dieser Martha Rindo. Das ist doch ein... Hat den abgestochen? Eigentlich will ich versuchen, um mal einen abzustichen. Ich dachte ich... Ich dachte... Hast du die Review gesehen? Ich dachte ich selbst gesagt. Aber wie gesagt, wenn du mich nochmal fragst, ich finde Dr. Strange besser als Tor 4. Ich finde Dr. Strange besser als Tor 4. Aber beide schon ganz gut auf jeden Fall. Eigentlich könnte ich nochmal so eine Teales machen auf Sortman. Lass mich doch durch! Du Vollidiot! Ey, wir haben mir im Wege... Junge, steche ich in meinen eigenen Kameraden rein, Alter. Aber nicht wie oft die geile Weise, die er sich erhofft, sondern mit dem Messer, Junge. Was soll die Scheiße? Er steht mir im Weg, Mann. Junge, Eskalation vom Allerfeinsten, Junge. Mann, ey! Mann, du Scheiße, da. Ey, das wäre ja frech gewesen. Hätte er mich jetzt getötet, oder wäre ich wirklich ausgerastet. Hier kommt ein Medikit. Wollte gerade sagen, jetzt stört man bitte. Mein Blackphone-Video habe ich noch nicht hochgeladen, aber keine Ahnung, ob ich das noch machen soll. Ich weiß nicht. Stranger Things war auch viel zu spät. Ich hatte das... Das hätte ich auch früher machen sollen, aber irgendwie, wie gesagt, erst mal vier Stunden für zwei Folgen muss ich nehmen. Find erst mal vier Stunden, wenn du so krass Business machst wie ich, weißt du? Find die erst mal. Das hat natürlich schon viel zu lang gedauert. Was willst du, Junge? Spiel nicht mit mir. Er will wirklich Granatenduell haben gegen Granatengott, Jolly. Das ist ja wirklich komplett lebensmittelbar. Mann, ey! Ist meine Granate überhaupt explodiert, oder was war das jetzt? Was ging jetzt hier ab? Hitmarker des Grauens! Alter, der hat von Trotz gescheppert. Er ist tot, Jungs! Er ist tot, er ist tot. Ruhig! Greif dieses Einsatzziel an! Das ist das Einsatzziel, das wir angreifen mögen. Sag mal, was ist denn hier los, Mensch? Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Geh doch kaputt! Mensch! Muss, weil jetzt die beiden Seiten kaputt schießen müssen. Das ist ja. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Over. Kommen die da? Wo kommen sie denn jetzt? Achtung! Das Einsatzziel wurde eingegangen. Over. Battlefield 1-Meter war noch cool. Oh, ja. Also, Battlefield 1 hat mir auch schon Spaß gemacht. Aber diese... Diese... Shit, man! Lenkt mich doch nicht immer ab, Mensch, was? Äh, ich fand die Sun-Map irgendwann auch mega langweilig, Alter. Fand ich auch irgendwann mega krank langweilig, nicht wahr? 29-17. Naja, ist okay.